Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht mal 15 Minuten Zeit für uns Ja, mir würde uns gerne mit Ihnen über Ihr Leben unterhalten Ja Oh mein Gott, Sie sind ja in gesegneter Umständen Ja, aber darüber habe ich doch schon mit Ihren Kollegen gesprochen Ah, das ist ja wunderbar, denn sind Sie ja bestens vorbereitet Vorbereitet? Ja, durch die Broschüre Ich habe keine Broschüre bekommen Nicht? Das wundert mich jetzt aber Den kriegen Sie alle von uns jetzt Dürfen wir uns jetzt? Eine Welt ohne Leiden ist nicht mehr fern Ja, ja Wenn wir nur die Gnade Gottes annehmen Und nach seinen Regeln leben Dann ist uns das Paradies gewiss Schon im Diesseits Also im irdischen Leben Sie sind gar nicht vom Jugendamt Na Wir sind Kinder Gottes genau wie Sie Es geht um Sie und Ihre Zukunft Und natürlich um die Ihres Kindes Ich bin dem lieben Gott schon sehr, sehr, sehr nahe Und wenn nachher mein Partner nach Hause kommt Dann werde ich das Paradies auf Erden Hier in dieser Wohnung haben Sie sind nett verheiratet Nein, aber ich wüsste auch nicht, was Sie das angeht Das heißt, Ihr Kind ist in Sünd gezeugt Darf ich Sie bitten, jetzt zu gehen? Da können Sie und Ihr Kind uns nur sehr, sehr leid tun Bitte Ich würde mir das noch einmal überlegen In Sünd Hey, alles in Ordnung? Ja, klar Ich habe nur irgendwie gerade doch am Schlechtes gewissen, dass ich hier so rumliege Das nennst du rumliegen? Nein, nein, Quatsch So war das nicht gemeint Erwartest du jemanden? Nein Das kann nur jemand sein, der seinen Schlüssel vergessen hat Tim, willst du nicht aufmachen? Wieso muss ich das ausbaden, wenn Kolja sein Schlüssel vergisst? Vielleicht ist es ja gar nicht Kolja Man gibt doch nicht gleich auf Wenn die heute Sachen ist Hallo Schönen guten Tag Guten Tag Hätte Sie vielleicht ein Viertelstündchen Zeit Wir würden uns gern über Ihr Leben mit Ihnen unterhalten Mein Leben? Ja Wir möchten Ihnen den Weg in Gottes Paradies zeigen Hallo Ach, es geht um Gottes Paradies Oh Wie ich sehe, sind Sie frisch verheiratet? Ähm, nö, wieso? Sodom und Gomorra, das ganze Haus Jetzt fehlt nur noch ein warmer Bruder Das heißt, Sie lebe in Sünde Ja, durchaus Hin und wieder Möchte Sie vielleicht unsere Broschüre Die Broschüre Die Broschüre Lese, was unser Herr zu vorehrlichem Sex sagt Vielleicht interessiert Sie ja Was ich zu vorehrlichem Sex sage? Das glaube ich kaum Das ist nämlich ungefähr das Schönste, was man sich vorstellen kann Gerade so paradiesisch Ich erkläre Ihnen gern, wie das funktioniert Das ist gar nicht so schwierig Komm jetzt Sie sind nicht allein Wir helfen Ihnen Ja, genau Wir helfen Ihnen Lesen Sie die Broschüre Gehen Sie in sich Denken Sie drüber nach Mir kommt gern nächste Woche noch einmal Nein Ich bin Ihnen ewig dankbar Wenn Sie nie wiederkommen Was war das denn? Ich meine Kein Sex voll der Silberaufzeit Entschuldigung Trotzdem hättest du Sie ja nicht gleich so verarschen müssen Na bitte Normalerweise Jetzt ist es aber auch witzig gefunden, oder? Normalerweise Wenn du nicht so Prüfungsstress hättest Jetzt muss ich wirklich los Oh, und was bitte ist mit unseren vorehelichen Sünden? Mit den Händen die Ellenbogen fassen und den Atem halten Wir schließen die Augen, legen die Hände ab mit den Handflächen nach oben und horchen einen Augenblick in uns hinein Die ist Geburtspriesterin Was soll denn das sein? Sie ist Hebamme Die war in ihrem vorigen Leben War sie eine Heilerin Sie kennt die Kräfte zwischen Himmel und Erde Die auf das Kind wirken, verstehst du? Und was bringt das? Sie hilft uns, damit das Kind mit einer wachen Seele auf die Welt kommt Das war sehr schön Volker Gerade bei dir habe ich es unheimlich positiv empfunden, wie du der Britta geholfen hast Das richtige Tempo beim Holotropenatmen einzuhalten Ganz wunderbar, sehr schön Ähm, Frau Friese, ich habe eine Frage Oh, bitte, nenn mich bei meinem Sanskrit-Namen Ananda Ananda Ich habe eine Frage Wäre es möglich, diese Übung für mich im Schneidersitz auszuführen, da mir diese Lotus-Stellung sehr weh tut? Dann sitzt du nicht aufrecht Wir gehen in die nächste Übung, in den Kreisel Wir strecken locker die Beine nach vorne Die Hände ruhen locker auf den Unterschenkeln Oh, äh, Entschuldigung Herr Silke, ich wollte nur fragen, wo er bleibt Ach, das tut mir jetzt leid, ich habe total vergessen Du hast es vergessen? Ja, das tut mir leid Ah, ich sehe schon Der Kuss, äh, mach den Kuss jetzt hier Hast du jetzt extra das Kosi gegessen? Ja, war ja so abgesprochen Na, ich will doch gar nicht länger stören, also dann, vielleicht treffe ich Charlotte ja auch noch Ist ja auch egal Macht's gut, viel Spaß euch noch, ne? Wollen wir weitermachen? Und einatmen Und im Becken kreisen Und ausatmen auf A Ist das Moritz? Ja, groß geworden Der ist ja wie aus dem Gesicht geschnitten, also euch beiden Silke, dein kleiner Mensch ist das schönste Geschöpf unter der Sonne Ach Wirklich? Er scheint sogar gegen deinen Freund an Noch Äh, aber du meinst jetzt Andreas? Ja, der konnte leider heute nicht hier sein Im Gegenteil Er ist hier Was? Wo? Überall Spürst du ihn nicht? Also, also, ehrlich gesagt, ist er unten in unserer Bar Es war sehr richtig von dir, dass du ihn fortgeschickt hast Naja, also Ehrlich gesagt, er hat sich nicht drum gerissen, hier zu sein Oh großer Gott, wer sind Sie? Ich bin Stefan Und, äh, Sie müssen einander sein Ich bin Silkes neuer Freund Nein Ich habe selten eine so schöne Aura gesehen Ich bin Sono Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020